hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kanalvorstellung ihr freund ja heute der kanal maxplay ja ich habe ein bisschen an mikrofon rumgepastelt mit dem kumpel und ich hoffe dass jetzt ein bisschen alles ein bisschen besser ist fürs erste aber ich werde mir jetzt weiter mal ein vernünftiges mikrofon zulegen ja und entschuldigung dass die letzten tage jetzt nichts kam ich hatte kein internet das war mal wieder weg mal wieder kommt öfters mal vorher naja auf jeden fall sind wir jetzt wieder da oder ich bin am start hier und ich freue mich riesig drauf jetzt geht das nur wieder fleißig weiter und dann schauen wir uns doch mal die schönen kanäle an ja bin gerade auf der übersicht seite und dann würde ich sagen gehen wir mal auf die kanal info und dann schauen wir mal was uns hier wartet 34 abonnenten 1308 aufrufe beitritt am 20.07 2015 noch nicht so lange dabei aber schon richtig was los finde ich sehr cool top beschreibung hier gibt es call of duty black ops 3 cod bo3 gameplays von der beta auf der playstation 4 ps4 und battlefield 4 battlefield 4 montage videos sowie final fantasy 10 hd webmaster und später auch tom clancy's rainbow six siegel und die wischen ja wo das habe ich schon gehört zu der wischen das soll richtig geil werden ich bin wirklich gespannt die station 4 macht nichts verkehrt super sache kann ich nur sagen bei mir bei mir bekommt ihr mehr als nur let's place zu sehen und zwar max plate ich hoffe ihr habt genauso viel spaß wie ich dabei und bei fragen problemen tipps oder sonstigen anregungen könnt ihr euch gerne in den kommentaren oder bei facebook mail dann viel spaß weiterhin auf meinem channel und haut rein details deutschland links facebook und twitter sehr geil hört sich sehr cool an finde ich cool und ja dann würde ich sagen schauen wir doch mal in die playlist da haben wir final fantasy x habe ich früher richtig gezockt fand ich sehr geil das war noch mit 10 mit dem bösen sinn das war so ein sehr sehr schönes spiel und ich habe auch 7 spiel 8 9 9 auch da war noch nicht ein kleines werk mit der zippel mit oder saugeil und jetzt freue ich mich bald sollte auf final fantasy 5 ganz neu wo du da übelste grafik hast und so das muss ich nochmal anschauen ich weiß nicht genau wann es rauskommt aber es gab die demo habe ich mal gesehen sehr interessant ja dann haben wir call of duty black ops 3 beta 16 videos schon richtig geil und battlefield 4 schön gehen wir auf die videos schauen wir uns mal an hier sieht man schon final fantasy schöne schöne thumbnails hier mit max play mit eingebauten mit beta finde ich sehr schön und dann gehen wir mal weiter runter weitere laden da will er nicht also schon fertig oder so wenn dann die weitere laden müssen und wird wahrscheinlich schon gewesen sein gefällt mir sehr cool auch mit dem bild von ihm hier unten drin sehr sehr cool hier unten auch noch mal gefällt mir sehr sehr dann gehen wir auf die übersichtsseite hier würde ich sogar sagen schauen wir uns das an ich stelle es noch mal kurz kurz ein 1080 dann 60 fps sehr schön facecam auch noch mit drin sauber ich lasse jetzt kurz ein bisschen laden dann kann man mal hier vorlesen da haben wir kanalvorstellung habt derzeit leider kein besonderes equipment für die beleuchtung stellt euch daher bitte nicht an den verschiedenen lichteinflüsse da ist sehr wechselhaft draußen war und ich eine weile gebraucht habe mein erstes Video fertiggestellt ich kann es ja nur empfehlen ich kann es nur sagen ja ich habe das auch kurz und angefangen und ja richtiges rumgetüftet ist dass man endlich mal alles so passt wie man es haben möchte deswegen macht er keinen kopf das geht schon gerade die universität war mein bukula nicht das beste und ich hoffe ihr seht darüber hinweg ja auf jeden fall stellt eure fragen was sonst anregen einfach in die kommentare oder schreibt mir bei facebook wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen hoch da facebook hier unten noch mal unter twitter link sehr geil ja und dann seht ihr hier unten alle videos alles oder erfüll raus kam es jetzt schon vor einer woche zack 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 hat er ordentlich rausgehauen hier ja sehr geil schönes spiel und das haben wir hier ja lass mal fleißig laden hier maxplay wer ist das und was will der facecam sehr cool was will der denn ich denke mal uns unterhalten da haben wir noch ähnliche kanäle aber da gehen wir gleich genauer drauf ein dann mache ich doch mal hier den spaß groß und dann würde ich doch sagen können wir uns doch jetzt mal gleich genussvoll angucken hier ist ungefähr eine minute ich lass mal kurz ein bisschen laden hab zwar alles dran hier aber mein internet wird wieder von den nachbarn vergewaltigt hier deswegen ist das dann bei mir mal ein bisschen langsamer ich hoffe die gehen nachher schlafen dann kann ich in ruhe wieder zacken ohne dass einer mit an mein internet rumnagt und ja da würde ich sagen liebe leute dann bin ich mal gespannt was uns hier erwartet und dann drücke ich auf jetzt mal play und go hey liebe leute willkommen wieder zu einem neuen let's play von mir obwohl heute gibt es mal kein let's play sondern ihr seht im hintergrund nur ein game play denn heute geht es eher um mich und um euch denn ich sage euch wer ich überhaupt bin und was ich hier bei youtube möchte dieses video schon längst hinfällig da ich mit den black ops 3 let's plays einfach so angefangen habe ohne euch großartig zu erklären wer ich überhaupt bin das wollen wir mit diesem video nach und ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal an kommen wir erstmal zu mir mein namen den ihr sicherlich schon kennt ist max ich bin 20 jahre jung und macht derzeit eine ausbildung als elektroniker die höchstwahrscheinlich im winter jetzt erfolgreich absolvieren werde und ja was kann man noch großartig zu mir sagen ich gehe jeden zweiten tag zum sport und mich ein bisschen fit zu halten liegt auch etwas wert auf meine ernährung aber auch nicht allzu streng ein bisschen muss man sich auch können wie energy drinks und chips und so was alles und mcdonalds ja das fällt mir noch dazu ein ne muss auch sein sonst kommt man in den tollen jojo effekt wenn man sich nur an die guten sachen hält und dann irgendwann fällt man so zurück dass dann wirklich mal schokoladen kick oder so ist ich kenne das ich mache auch viel sport und ist auf jeden fall eine coole sache sehr informativ liebe leute wenn ihr alles wissen wollt leute die auf jeden fall hier vorbeischauen sehr gut gemacht mit der camera so schlimm war es jetzt nicht ähm auf jeden fall eine gute sache hier und kann ich nur umspielen ja dann würde ich sagen schon mal nochmal kurz kurz kanäle waren wir noch nicht hier abos da seht ihr hier die abos drauf ohja so muss man aussehen haha sind maschinen was haben wir denn bei diskussion ein herzchen ja so muss das sein seht ihr das so kommt man drauf genau zu dem banner da wollte ich da auch noch was sagen sieht sehr geil aus hier mit max blaze hier hinter so das gefällt mir sehr gut hier haben wir nochmal mp dran oben im avatar drin sehr sehr geil kanal info waren wir schon das haben wir uns reingezogen ja liebe leute ich kann nur sagen 34 abonnenten ist auch noch nicht so lange dabei aber macht die sache schon sehr gut und wenn es euch doch interessiert dann schaut doch unbedingt mal hier rein ihr habt hier die playlisten äh Call of Duty, Battlefield und Final Fantasy wenn es euch doch gefällt schaut ihr unbedingt mal rein klickt an hier abonniert die wenn es euch gefällt und äh sonst kommt in meine community da kannst du natürlich auch rein kannst du deine videos posten und alles absolut kein problem werde ich alles in den link reinpacken und in den Beschreibungen und natürlich seinen kanal auch ganz oben und da drunter die community alle werte herzlich willkommen und ich kann dir nur sagen mach weiter so geile grafik geiler ton kann man nichts anderes sagen auf jeden fall eine gute sache ja und dann würde ich sagen liebe leute dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten kanalvorstellung und dir kann ich nur sagen weitermachen auf jeden fall bis dahin ciao ciao